Ein Hauch von Wintermärchen findet man derzeit nicht nur in den tiefer schneiden Südalpen. Auch in Deutschland gibt es Regionen mit reichlich Schnee. So wie hier am Montagmorgen auf der Schwäbischen Alb. Ja, in der Nacht hat es hier nochmal so richtig kräftig geschneit. Momentan liegen in Summe so etwa 22 bis 28 Zentimeter Schnee. Und jetzt am frühen Morgen mit der Sonne ein Traum von Winterlandschaft. Minus zwei Grad und tollster Pulverschnee. Dick verschneite Autos und Straßen. Hier ist am frühen Morgen erstmal Schneeräumen angesagt. Kurz nach Sonnenaufgang zeigt sich die Winterlandschaft von ihrer schönsten Seite. Für alle Winterfans ein traumhafter Anblick. Aktuelle Bilder und alle Infos zum Winterwetter gibt es rund um die Uhr bei uns auf wetteronline.de und in der WetterOnline-App. Von der winterlichen Schwäbischen Alb. Ich bin Marco Kaschuba von WetterOnline.